Und weiter geht's. So, mal gucken, was wir jetzt hier machen. Können, wollen, sollen. Ich nehme den roten. Langes Watten. Oh, das ist gut. Oh, scheiße. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, scheiße. Oh, wo will der denn hin? Du weißt, was du weißt, was du willst. Alles gut, um zu bleiben. Oh ja, das ist ja so. Oh ja, das ist ja so. Oh ja, das ist ja gut. mit 40 bildern pro sekunde im übrigen hier auf maximalen einstellungen 2060p mit der titan ohne übertaktung ja ja hier vorsichtig fahren und er hat die dinge kaputt und junge rennen nicht vor die karre uah scheiße ich will das ding hier ohne große schäden auf jeden Fall an die Hörmse naja vielleicht schau es nicht ganz so etwas zu haben das war ja nicht so cool was heißt hier unbewaffnet scheiße was macht denn die botanik hier ach wo hast du jetzt hier durch fährt irgendwie öfter kreuzig oder irgendwie oder wir sind gerade in england oder japan dann wärs sie richtig bespürt aber ich würde mir gerne so durch die stadt hämmern ok uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh die bleiben sie denn hier alle stehen klar ich hab hier einen Supersportwagen und der scheiß Bullenwagen ist schneller als ich das ist ein und leck mich doch ja ja Zeichenstrasse ja ... und eine Pyramid-Skinke, und nicht eine echte Religion. Und deshalb sollte es sein Charitable-Statis-Repeat. Schauen wir mal hin. Schauen wir mal. Jetzt ist die gute Maschine gleich noch mehr ramponiert und... Nein! Komm! Komm! Jetzt fangen wir mal hier gemächlich zu. Gemächlich zu. Guck! Weitere Musik Ich hätte jetzt echt das Gefühl, ich müsse hier wahren. Schatz! Wurde! 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 Das Spiel sieht schon schlecht aus. Auf dem Fall geht es, dass wir den Korpsen haben. Das ist das Ding, der von sich dort zu dem Korpsen verursachen. Ja, es ist dann nicht so gut. Das ist ein Problem, was ich hier vertreten würde. Ich habe das Aufmerksamkeit. Ich habe das Aufmerksamkeit, aber ich habe das Aufmerksamkeit. Oh nee, oh! Natürlich schon ein bisschen ramponiert, das Ding. Was nehmen wir ins Auto raus? Was lappt der denn hier? Ich meine, N-Word. Das ist nicht cool, Mann. Ich sage das nicht. Du bist richtig, und du solltest es richtig halten, denn dieser Mann hier ist ein internationales Geschäftsführer, ein Multiculturalist. Das hätte ich nicht besser gesagt haben. Aber wirklich, vielleicht ist er kein Racist. Aber ich glaube nicht, dass er genug ist für ein Auto wie dieses Auto. W-w-wit ein bisschen. Ha-ha-ha-ha! Dieser Mann hier? Ja? Er ist ein Auto. Das ist ein Real Mann's Auto. Ha-ha-ha! Ich denke, du bist gut, Lamar. Du bekommst ein Taxi. Ich verstehe. Geld ist ein Problem, eh? Geld ist nicht ein Problem. Das ist die beste Sache. Das ist die beste Sache. Was ist das, wenn er real ist? Was ist das? Was ist das? Schau, Mann. Ich muss gehen. Hey, Simeon. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Das ist die beste Sache, Mann. Das ist die beste Sache, Mann. So, Jimmy, bist du sicher, dass du nicht genug bist? Geh das Rad und zeig mir. Uh, sicher. Okay. Ich würde ihm eigentlich lieber zuhören, wer jetzt hart über den Tisch gezogen wird. Mit dieser ollen Flöte hier. Das machen wir gleich mal. Ist ja schon ein bisschen dreckig, die Karte. Ja, das ist zu viel für dich. Du brauchst eine Karte. Du brauchst eine Karte. Du brauchst eine Karte. Keine Chance, Mann. Karte? Ich bin ein High Roller. SUV-Guy? Ich brauche nur Zeit, um zu denken. Das ist das Problem. Nur die Wecke benutzen ihre Gehirn. Die Wecke benutzen ihre Beine. 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 Ich habe einfach nicht viel kollaterale. Wir nehmen einen Gelddämpfer und in deinem Wort kannst du die weekly Betriebe finden. Weekly? Ich dachte, es war die monthly Betriebe. Weekly, monthly, es ist nicht wichtig. Du bist kein sehr starker Kunden. Woah, woah, woah. Ich bin sehr stark, Mann. Die Kirche, Mann. So? Show me where to sign. I am with a customer, Franklin. Oder irgendwas anderes. Und noch ne Karin. Na, kommt hier noch was? Na, schön. Jeder Spielberater hat sein eigenes einzigartiges Fahrzeug. Das hier ist so ne Art Dodge Charger. Moment mal. Ach, Rund. So muss das sein. sie bis 6 ab weiter wohnen und weiter und die ist das Das ist lauers. Ich weiß nicht, dass nirgends auch nirgends auch nirgends. Oh, friseur. Lange blonde Haare werden vielleicht nicht schlecht. Das ist für eine fette Röhre und ein Videorecorder gibt es hier. 1990 oder was? Ich war auf dem Telefon, Junge, nicht zuhören. Gott sei Dank, Freeloader. Und schnell, schnell, schnell. Ist zu spät. Schnellspeicher mit dem Handy. Und Kleiderschrank wie gehabt. Toll. Wuuuh, Franklin und Lamar. Sehr schön bestanden. Toll.